Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Wir machen hier gerade Wahlkampf. Wir wollen zeigen, dass ein Land hochfährt. Nicht nur dieses Land, sondern die gesamte Republik. Dafür bitte ich um eure Unterstützung. Kommt gerne auch in den nächsten Wochen noch nach Sachsen-Anhalt. Wir können jede Hilfe gebrauchen, auch wenn es derzeit sehr gut aussieht. Wir wollen aber nicht nur dieses Bundesland hochfahren, sondern die gesamte Republik. Das ist die Aufgabe, die wir als FDP dieses Jahr haben. Und dafür möchte ich im Bundesvorstand weiter auch mit euch wirken. Ich bringe meinen Sachverstand im Bereich Sicherheits- und Verteidigungspolitik gerne mit ein und freue mich über eure Unterstützung. Vielen Dank.